Eine Veranstaltung, bei der die Historie von Merck immersiv und inhaltsstark mit dem Heute und Morgen verbunden wird. Die Neugier als Grundelement. Celebrate Curiosity als Leitgedanke. Das Emsphere, ein eigens von Merck für das Jubiläum geschaffenes Kuppelzelt, lässt die Gäste eintauchen in die Farben und Formen des Unternehmens. Der Kern der Inszenierung, eine 360-Grad-Projektion, die weltweit größte. Die Musik begleitet, sie ist der Spannungsbogen bei der Reise durch Zeit und Raum. 350 Jahre Firmengeschichte enden mit einem inspirierenden und visionären Ausblick ins Morgen. Einem Morgen, das Merck schon heute lebt. Die Musik beginnt der Dunkelzelt Die Musik beginnt der Dunkelzelt Die Musik beginnt der Dunkelzelt